Die Inspiratione Skripture. Einatmen, Ausschreiben. Eine akademische Tonbildschau mit Prof. Dr. Eddie Stift und Prof. Dr. A. B. Seite. Alles geben Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen. Ganz. Götter, Johann Wolfgang. Von lange her. Schrieb gut. Sehr gut. Fantastisch. Und hatte einen langen Atem. Ach, den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Das ist weder von Goethe noch von Tane, sondern Psalm 127, Vers 2. Die Ruheatmung dient der Kontemplation, der sogenannten inneren Einkehr, aber auch der Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Zahlreiche Meditationsformen beziehen sich auf die tiefe, kombinierte Kosto-Abdominalatmung, die die Zwerchfellbewegung und die Aktivitäten der Atemhilfsmuskulatur vereint. So kann das Atemvolumen vergrößert und die Atemfrequenz verringert werden. Das schafft Ruhe im Körper und räumt auf im Geist. Wie sollen wir denn schon etwas aufräumen? Werter, Kollege, Seite, wo doch noch gar nichts ist. Diese Leere schafft Panik. Ein Raum ohne Inhalt, ein Blatt ohne Papier, ein Stift ohne Mine. Und dann in Ruhe durchatmen, wenn ich lieber davonlaufen will. Mein Lieber, Sie taumeln ja völlig atemlos durch diese lange Nacht des Schreibens. Und es scheint Ihnen gar nicht hell zu werden. Wann haben wir den Abgabetermin für unseren neuen Aufsatz? Gestern. Vormittags schon. Der Termin ist definitiv nicht mehr zu halten, fürchte ich. Das merken Sie jetzt aber fast zu früh. Aber noch ist nichts verloren. Einatmen, ausatmen, lächeln. Wie ein Lungenfacharzt bei der Meditation. Wie wäre es denn, wenn man in Zukunft den Abgabetermin eines Manuskriptes einfach früher als nötig setzt, also präventiv die panische Schnappatmung vor Erreichen des Ziels minimiert? Man könnte den Schreibprozess gar ganz umkehren, also das Erscheinungsdatum eines Schriftstückes vor den eigentlichen Schreibbeginn ansetzen. Damit legte man zwar den Ausatmer vor den Einatmer, aber alles bliebe im Rhythmus. Wie soll das gehen? Jeder Säugling muss vor dem ersten ausatmenden Schrei einatmen. Das Leben beginnt nicht mit dem Ausatmer. Damit endet es allenfalls. So wie Kleist's Amphitrion mit einem Ach endet. Ach? Ein bisschen mehr Inbrunst, bitte. Ach. Schon besser. Glaubwürdiger, authentischer. Damit ist aber noch nichts gelöst. Und der Abgabetermin immer noch schon vorbei. Was haben wir also gewonnen? Luft. Und vielleicht die Erkenntnis, dass zum Schreiben auch das Loslassen, das Trennen von Weizen und Spreu gehört. Der Text darf nicht zu dicht sein, damit er Luft hat und atmen kann, wie ein Hefezopf. Und wenn wir nun rückwärts schrieben, brächte das Erfolg? Sehen Sie, es funktioniert. Die Inspiration nach der Aspiration. Und so machen wir das jetzt auch mit unserem Manuskript. Sie fand hast, das Zeitreisen gelingt Ihnen nicht. Das haben schon ganz andere vor Ihnen für möglich gehalten und sind dabei lustvoll gescheitert. Es blieb beim Versuch, der misslang stets, ebenso wie unzählige Versuche, den Redaktionsschluss eines Verlegers zu verlegen. Schnickschnack. Wir schreiben einfach in die entgegengesetzte Richtung und beginnen mit der Einleitung, die, wie jede gute Overtüre, eigentlich ganz am Schluss komponiert wird. Sie können ja auch nicht rückwärts atmen. Das geht zyklisch. Schreiben auch. Denken auch. Einatmen. Ausschreiben. Lesen. Korrigieren. Überdenken. Einatmen. Ausschreiben. Und so weiter. Heilung entsteht in der Pause zwischen Aus- und Einatmung. Paracelsus. Bei Ihnen ist die Pause aber ganz schön lange dazwischen. Denkloch sozusagen, sagt John Canetti. Es genügt nicht zu denken. Man muss atmen. Gefährlich, die Denker, die nicht genug geatmet haben. Der Atem beginnt mit einer Bewegung und endet in der Seele. Einstein. Wenn Worte Atem sind und Atem Leben ist, habe ich kein Leben, das auszuatmen, was du mir gesagt. Shakespeare. Die Seele atmet durch den Geist. Der Geist atmet durch die Inspiration. Und die ist das Atmen der Gottheit. Bettina von Arnim. Inspiration fördert Transpiration. Nun halten Sie mal die Luft an. Fische sollten das in der Luft besser tun, mein Lieber. Sind Sie nicht sogar Wassermann? Wir kommen vom Thema ab. Hatten wir denn eins? Ja. Einatmen. Und ausschreiben. Und dann sofort per Einschreiben zum Verlag. Anschließend durchatmen. Also, beginnen wir, wie so oft, wie eigentlich immer, von vorne und hoffen, hinten anzukommen. Und geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost. Im Anfang war die Tat. Gute Güte, Goethe. Guter Goethe. Schreiben wir los. Eine akademische Tonbildschau mit Prof. Dr. Eddie Stift und Prof. Dr. A. B. Seiter. Guter Goethe.